Was wir hier sehen, ist unsere neue Handbedienkonsole der Version 3, kurz HBC3 und unsere neue Fahrbedienkonsole auch der Version 3 für unsere Fahrzeugfunkgeräte SAG 3500. Die Version 3 ist eine Weiterentwicklung von unseren bisherigen Fahrbedienkonzonen. Durch die Weiterentwicklung wollten wir unseren Kunden eine äquivalente Bedienoberfläche zu unseren Fahrzeugfunkgeräten bieten. Stichworte ist hier Bedienersicherheit und Trainingsaufwand. Bei der Weiterentwicklung unserer Handbedienkonsole 3 und Fahrzeugbedienkonsole 3 fällt uns sofort die Erweiterung der Kontexttasten unterhalb des Displays auf und die Umgestaltung der Tasten oberhalb des Displays. Natürlich sind diese neuen Bedienkonzonen zu den eigentlichen Fahrzeugfunkgeräten abwärtskompatibel, das heißt praktisch diese Bedienkonzonen können auf bestehende Funkgeräteflotten nachgerüstet werden. Unseren Kunden bieten wir somit die Möglichkeit die Bedienoberflächen an seinen Funkgeräten einfach und einheitlich zu gestalten.